In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr als Blogger mit euren eigenen digitalen Produkten Geld verdienen könnt und das ganz ohne dubiose Übernachtversprechen versprochen. Herzlich willkommen zum Freelancer Spotlight, eurem frischen Format mit Tipps und Tricks für angehende Freelancer. Mein Name ist Benjamin Brückner, ich bin seit mehreren Jahren selbstständig tätig als Content-Spezialist, berate Unternehmen in Deutschland und über die Grenzen hinaus und in diesem Format gebe ich Tipps an Freelancer, die mit Karacho durchstarten wollen. Geld verdienen im Schlaf. Ist das überhaupt möglich, wenn man den Befürwortern des passiven Einkommensglaubens schenken darf? Dann ja, ist es absolut möglich. Es gibt aber rund um diesen Begriff passives Einkommen auch immer wieder aufflammende Diskussionen, in Social Media und Foren. Ich möchte mich jetzt daran überhaupt nicht beteiligen. Fakt ist, ihr könnt sehr wohl als Freelancer eigene Produkte kreieren und damit Einnahmen generieren, abseits eures Tagesgeschäfts. Ihr könnt beispielsweise E-Books erstellen oder eigene Tools entwickeln, Kurse anbieten. Die verschiedenen Möglichkeiten, die haben wir euch nochmal in einem Artikel ausführlicher vorgestellt. Den Artikel findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist aber absolut essentiell, dass ihr zwei Sachen immer im Kopf behaltet. Erstens müsst ihr wirklich Ahnung haben, ihr müsst Know-how haben, um eigene Produkte zu entwickeln. Und zweitens müsst ihr Marketing betreiben, damit diese Produkte auch eure Kunden finden. Angesichts dieser hohen Schwierigkeit, und so ehrlich müssen wir das benennen, kommt gerne mal die Frage in den Sinn, ist das nicht unmöglich, als Blogger mit eigenen Produkten Geld zu verdienen? Die kurze, aber prägnante Antwort darauf lautet, nö, es ist auf jeden Fall möglich, aber dafür braucht man eine kleine Anleitung und die möchten wir euch jetzt in diesem Video mitgeben. Schritt Nummer 1. Ihr braucht eine Idee, und zwar eine richtig, richtig gute. Dafür ist es wichtig, dass ihr euch fragt, was suchen meine Kunden, was brauchen sie, welche Bedürfnisse haben sie, wie kann ich eine Lösung für ihr Problem bieten? Nehmt euch bitte viel, viel Zeit für diese Recherche, damit ihr eine solide Idee entwickelt, die zu einem guten Produkt führt, das auf dem Markt Bestand hat. Anfänger erkennt ihr bei der Ideenentwicklung daran, dass sie sofort loslegen. Irgendwas kommt ihnen in den Sinn und sie sagen, wow, coole Sache, darauf hat die Welt gewartet. Meistens ist das dann am Markt vorbei und das ist unglaublich frustrierend, wenn man einer Idee blind folgt und diese sich nicht bewährt. Damit euch das nicht passiert, solltet ihr gleich bei Google suchen nach dem Oberbegriff eurer Idee. Zum Beispiel Waschmaschine oder CRM-Tool, was auch immer eure Branche ausmacht, um da zu schauen, wie die Konkurrenz aufgestellt ist. Weiterhin empfehle ich euch Kreativtechniken und Tools. Da gibt es beispielsweise Ubersuggest bei Neil Patel auf der Seite. Das haben wir euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Bei Ubersuggest gebt ihr einen Begriff ein und erhaltet ähnliche Keywords dazu. Das kann auch eine sehr inspirierende Geschichte sein. Aber hier nochmal an diesem Punkt, wirklich macht diese Schritte gründlich. Schritt Nummer 2, analysiert die Konkurrenz. Es gibt keine Konkurrenz zu eurem Produkt. Ja, dann ist das kein Grund zur Freude, ehrlich gesagt, sondern eher einer, um sich Gedanken zu machen, was mit eurem Produkt womöglich nicht stimmt. Also entweder seid ihr wirklich waschechte First Mover und ihr habt eine absolut innovative Geschichte am Laufen oder was leider wahrscheinlicher ist, ihr habt ein Produkt, bei dem keine Nachfrage besteht. Also guckt euch ganz genau die Konkurrenz an im Netz und auch offline und findet heraus, welche Produkte bieten sie an, welche Services haben sie, welche Kunden werden adressiert. All das müsst ihr auf dem Schirm haben, um ein konkurrenzfähiges Produkt eurerseits zu entwickeln. Schritt Nummer 3, zieht das Ding durch. Sobald ihr eure Idee überprüft habt und auch die Konkurrenz analysiert habt, dann verschwendet keinen einzigen Tag mehr damit, die Idee nicht in die Tat umzusetzen. Bedenkt, jede Stunde, die ihr als Freelancer verplempert, könntet ihr in die Entwicklung eures Produktes stecken und damit Geld verdienen. Das ist eine sehr große Motivation, wie ich finde. Natürlich ist es auch ein Thema des Zeitmanagements, wenn ihr nebenbei Aufträge erledigen müsst. Deswegen haben wir auch dazu einen Artikel geschrieben und ein Video produziert. Beides findet ihr in dieser Videobeschreibung. Schritt Nummer 4, testet, testet, testet. Euer Produkt ist auf dem Markt und jetzt ab in die Sonne? Muss ich euch enttäuschen? Nein, da geht die Arbeit erst richtig los. Wenn das Produkt auf dem Markt ist, startet online. Da ist es relativ einfach mit digitalen Produkten. Eine Kampagne, bei der ihr wertvolles Feedback bekommt, indem ihr zum Beispiel Umfragen bei Facebook oder Twitter anlaufen lasst oder ihr gewährt Testzugänge für euer Tool. Ihr guckt bei Amazon auf die Reviews, einfach damit ihr wirklich dieses Feedback bekommt, um euer Produkt konsequent zu optimieren. Wenn ihr eher im Offline-Bereich unterwegs seid, dann geht auf Messen, verschickt Bücher an Rezensenten. Hauptsache, ihr seid aktiv. Und wenn ihr das wirklich so konsequent betreibt und euer Produkt optimiert, dann kann sogar aus einem Flop später mal ein Topseller werden. weil ihr entsprechend optimiert habt. Schritt Nummer 5. Wenn euer Produkt floppt, dann gebt nicht auf. Einer meiner engsten Freunde ist Bestseller-Autor Alex. Und ich habe ihn eines Tages mal, wir sind einen kleinen Weg gegangen zusammen und ich habe ihn eines Tages dann mal gefragt, Alex, wie gehst du eigentlich damit um, wenn eines deiner Bücher floppt? Und er grinste mich nur an und gab mir im nächsten Moment den besten Motivations- und Verkaufstipp, den ich je erhalten habe. Er sagte, weißt du was, Ben? Schreiben, das ist Üben fürs nächste Buch. Und ich finde, mit dieser Methode hat Alex etwas sehr, sehr Kluges hinbekommen. Er hat einen psychologischen Kniff hingekriegt, in dem er eine vermeintliche Niederlage in einen Erfolg umgemünzt hat, in dem er sagt, naja gut, wenn das eine Buch nicht funktioniert, dann habe ich geübt. Also ich kann entweder nur gewinnen, indem es ein Bestseller wird, oder ich lerne und übe und verbessere meine Fähigkeiten für das nächste Buch. Und genau das könnt ihr euch auch für eure eigene Produktentwicklung im Hinterkopf behalten. Ja, es ist ein hartes Brot. Es ist wirklich nicht leicht, damit Erfolg zu haben. Aber wenn ihr solch eine Denkweise verinnerlicht, dann seid ihr auf dem besten Weg hin zum Erfolg. Dazu noch ein Tipp. Sobald euer Produkt fertig ist, haut es auf den Markt, startet schlank. Das nennt sich in der Gründerszene Minimum Viable Product. Warum hauen Startups solche Produkte raus? Damit sie Optimierungspotenzial freisetzen. Sie erfahren nämlich sehr schnell von den Kunden, was funktioniert und was nicht. Und wir erinnern uns, selbst wenn es negatives Feedback gibt oder das Produkt floppt, Schreiben ist üben fürs nächste Buch und Verkaufen ist üben für euer nächstes Produkt. Abschließend möchte ich euch noch 5 Beispiele für erfolgreiche digitale Produkte vorstellen. Wir haben weitere Informationen zu allen Produkten in der Videobeschreibung verlinkt. Beispiel Nummer 1, Sven Lennerts von Contrarest. Wohl jeder Blogger in Deutschland ist schon mal auf Contrarest gestoßen. Sven Lennerts bietet hier eine sehr kluge Mischung an aus kostenlosen, hochwertigen Artikeln und seinen eigenen E-Books rund um die Themen Marketing und Blogging. Beispiel Nummer 2, Conny Biesalski von Planet Backpack. Conny hat es innerhalb weniger Jahre geschafft, ihr Globetrotting zu einem Business zu machen online. Sie bietet auf ihrer Seite planetbackpack.de diverse digitale Produkte an, darunter auch Kurse und E-Books. Auch hat sie Affiliate Marketing in ihren Blog integriert. Beispiel Nummer 3, Think in Colors. Lucy ist mit dieser Webseite aus meiner Sicht wirklich ein Glanzstück an Webdesign gelungen. Der Nutzer findet sich sehr einfach zurecht in der Navigation und sie hat nicht nur den Blog organisch implementiert, sondern auch ihre Workshop-Angebote und Bücher. Beispiel Nummer 4, Lauf Fanat. Mit über 2 Millionen monatlichen Betrachtern ist Paula definitiv eine der ganz großen im deutschen Pinterest-Universum. Entsprechend kann man sich vorstellen, wie viel Traffic auf ihre Seite laufanat.de kommt und dort hat sie eine Bandbreite an digitalen Produkten von Trainingsplänen über Online-Kurse hin zu E-Books. Eine Seite, bei der sie Kooperationen ganz klar anbietet, worum es sich dabei handelt, was sie macht. Insofern schaut da mal vorbei. Das ist wirklich ein Meisterstück für die Vermarktung digitaler Produkte. Beispiel Nummer 5, Chimpyfy. Die Leute dahinter haben sich über die Jahre Rang und Namen in der Blogging-Szene verdient und ihre Softwarelösung Chimpyfy kennt sicherlich auch jeder. Das ist alles sehr clean gehalten. Man kommt auf die Seite und hat sofort den Überblick, worum es geht. Es ist sehr schick aufbereitet. Es macht einfach Spaß und man hat Laune, dieses Tool auszuprobieren. Also auch da würde ich euch dringend raten, mal vorbeizuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Episode des Freelancer-Spotlights gefallen. Wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert unsere Social Media Kanäle und den Newsletter. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mir bleibt noch zu sagen, viel Spaß bei der Entwicklung eurer digitalen Produkte. Viel Erfolg dabei. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es gelaufen ist. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Freelancer-Spotlight wieder. Bis dahin. Ciao.